Musik Hallo und herzlich willkommen zu dem Video von einem Roboterarm. Bitte nicht verschrecken, wenn du es knackst. Das ist einfach so. Musik Jetzt hole ich einen Holzhammer drauf. Musik Musik Jetzt steuere ich ihn auf die andere Seite. Musik Das ist M1, das ist M2, das ist M3, das ist M4, das ist M5 und das ist On-Off. Musik Jetzt mache ich den, das ist der Greifer. Jetzt mache ich den, das ist das vordere Gelenk. Jetzt mache ich den, das ist der dritte Motor. Jetzt mache ich den, den ist fast ganz unten. Musik Und hier unten ist die Drehung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das hier ist on und off. Das entscheidet das Licht. Jetzt mache ich den und den zusammen. 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 Jetzt mache ich den und den. Jetzt mache ich den und den zusammen. Jetzt mache ich den und den. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den und den zusammen. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den und den zusammen. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den. Jetzt mache ich den zusammen. Jetzt mache ich den, 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 den und den nacheinander. Und den. Dann der dritte oberste. Der zweite oberste. Und jetzt die Zange. Jetzt kommt noch das Licht. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Da und abonniert die Nachrichtigungsglocke. Das würde uns sehr, sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Tada, da und abonniert die Nachrichtigungsglocke. Da, da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.